Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, Joel hat sich in der letzten Folge doch noch zusammengerauft mit Ellie und hat nicht das ganze Tommy erledigen lassen und wir sind jetzt weiterhin mit ihr unterwegs und sind hier gerade auf dem Campus. Häffchen. Na? Oh, hier kann halt überall irgendwas liegen. Aber ich möchte jetzt nicht in jeden Winkel gucken. Na, ihr? Hm, hier. Nicht weiter. Ah, da vorne. Okay, komm, ich geh jetzt doch nochmal ganz kurz darüber. Da ist irgendwie nämlich, glaube ich, ein Haus kaputt. Oh, da sah das nur so auf. Da geht's rein. Wart mal hier kurz. Wozu? Aha. Wollte schon sagen, wozu kann man da hoch? Ja, was? Verbesserte Medi-Tanks. Äh, ähm. Wie viel hatten wir davon? 85. Oh, ich hätte gerne das Schwanken der Waffe. Ich hätte aber auch gerne das Messerding, wobei wir das bisher auch nicht wirklich gebraucht haben. Gucken. Wann ist man hier noch rüber? Wann... Wann ich... Wann ich mal? Wann ich mal? Wann ich mal? Wann ich mal? geht es jetzt zum tor wird ähnlich gehen ich gehe mal direkt hier rein pass gut auf du auch ein lagerplan hier ist aber hoffentlich nichts drin noch mal vorsichtshalber kleine shotgun schublade die wir aufmachen können in der nichts drin ist aber hier neun gottverdammte monate gewartet und noch immer nichts kein wort von niemandem ich habe im speisesaal weitere dosen mit nahrungsmitteln gefunden doch die reichen nicht lange kleiner vorfall bei der barrikade im ostflur aber immer noch alles sicher ich habe einen blick auf eine herumstreuende gruppe dieser dinger geworfen einer so aus wie heather vielleicht war es sogar heather scheiße die batterien gehen langsam aus wir hören nur noch einmal pro nacht radio das habe ich seit letzter übertragung aufgegeben ist drei verfluchte monate her also weshalb die mühe sherry hat gestern draußen gequalmt sie sagte sie braucht das war ziemlich angepisst als ich ihren vorrat wegschmiss sie versteht es nicht wir müssen einen klaren kopf behalten jemand muss in die stadt und weitere vorräte besorgen wahrscheinlich werde ich das sein wahrscheinlich ist er nicht wieder gekommen wie lange ging das wohl gut das war das ich habe das na toll ja toll Da haben wir noch was. Auch voll. Ach, nö. Oh, nö. Ich möchte nicht. Okay, nein. So, die Shotgun hier. Ja, die hat mehr. Die hat dafür sechs Schuss. Na toll. Warum bist du jetzt überhaupt hier reingegangen, Joel? Okay. Ich lerne die Störung nochmal, ne? Nummer eins. Okay, zwei sind es mindestens noch. Da war noch einer. Drei. Nur mal ist, dass man nie so recht erkennen kann, sind das jetzt, ähm, Runner, sind das Klicker. Andere beiden stehen, glaube ich. Ich finde das krass, wie man die Klicker nicht sieht, wenn die sich nicht bewegen. Das läuft doch ausnahmsweise mal ganz gut. Nein. Und Himself, nach... Zwei Scheren und voll. Dann machen wir noch eine. Ein Nagelbomber. Noch mehr Scheren? Nein. Wer ist er? Ein Klicker, ne? Nein, das ist ein Bloater. Okay. Lauf, Joel! Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, für die benutze ich dann gerne mein ganzes Zeug. Ähm. So, das mal wieder. Dann hier auch das. Ich hätte auch mal den Flammenwerfer gegen ihn probieren können, aber... Ah, ja. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Joel hat nicht geredet, ne? Okay. Okay. Okay, was? Moment, hier war ich, ne? Ah, ja, doch. Hm. Nicht. Auch nicht. Ich, ich... Ich, 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 auf. Dov, können wir noch... Oh. Das noch mehr. Okay. Die Kamera ist so blöd da hinten auf den Gang. Ich, ich hab echt Angst, da kommt jetzt irgendwas lang. Okay, aber wohl nicht. Das ist so blöd da hinten. Okay. 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 nochmal kurz, aber ich glaube hier sind jetzt keine Infizierten mehr US-Militär gibt Suchaktionen auf von Lou Benyav Weltreporter im Zuge des aktuellsten mit WHO-Berichts nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden im Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantäne-Zonen herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen, doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen Generalstaatsanwalt Assa Monroe macht in einem Brief deutlich in der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt ja die waren hier dann wohl auf sich gestellt und haben es nicht geschafft da pillen, bitte ich möchte pillen hier ist nix da ist was drin auch nix da ist eine Schublade ja voll kann aber auch keine Klebebank grad mehr aufbrauchen komm dann war's das hier hier geht's nicht lang ach nicht ja ich bin dabei so reicht das ähm muss ich das nicht dahin tun ich bin verwirrt ich muss ja bestimmt den Generator darin anschließen oder ah ja okay es stand nur nicht richtig so jetzt haben öffne dich geschafft ja komm schon durch los die Klicker waren das freier Fleiß? nein nein ich glaube nicht warum gibt es infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung vielleicht machen sie das auch ja das verstehe ich ok na los ja jetzt schon wieder irgendwie noch fight ist schon echt schön das Spielen aber das ist so alt ja langsam sollten wir jemanden treffen ja es ist eigentlich doch kein gutes Zeichen wenn hier alles verlassen ist ok Ellie ähm ich geh mal zu Fuß weiter du kannst mir gerne folgen ich bin's immer noch irritierend dass ich noch kein viertes Werkzeug warst du an so einer Schule? an der Universität? ja nein zumindest nicht als Student wie kam's? ja als Sarah kam war ich noch sehr jung oh warst du verheiratet? eine Weile was ist passiert? ok zu viel? zu viel mhm naja Muni ist gut hier muss noch irgendwas specialmäßiges rumliegen kann ich jetzt nur ein bisschen Materialien sagen oder etwa doch der guten Firefly Anhänger ist zwar jetzt nicht das specialmäßige was ich haben wollte war nicht schlecht ne ja ich glaub das war's schon wieder ok dann ist ja drüber ich glaube da geht's irgendwo sonst drüber ne da ist dicht ja ok was heißt da drüben komm ja scheint der Eingang zu sein weg Elly geh mal hier weg ich möchte gerne an das Tor so ich glaube das bringt nichts zu tun da ist ne Kette dran hier kommen wir nicht durch jetzt ist mir ne Kette zu das ist nicht zu gerostet vielleicht kommen wir rüber so wir kommen hier noch zum Müllcontainer da müssen wir unser Pferd nur zurücklassen ne und dann tschüss okay nicht das was ich wollte aber es geht ähm achso jetzt bräuchte ich das Ding vermutlich wieder na komm okay lass mal gucken mhm G0 wir können mal doch den Pferd werfen mhm okay ähm Ellie so mal gucken was es hier so gibt da ist ein Werktisch ich möchte doch jetzt mal ein Werkzeug ich hab irgendwie das Gefühl ich hab ein Werkzeug übersehen aber wo ja brauche ich hier noch gar nicht wieder gucken okay ähm 272 mittlerweile immer noch drei Werkzeuge komm komm ich hab noch alles jetzt nicht so mega wichtig was ich damit machen kann ich probiere mal hier an und dann ähm so okay sind voll da ist nichts ähm so hier ist irgendwas an so eine Lampe leuchtet also muss hier ja irgendwie vor kurzem jemand gewesen sein da sind wir noch hin doch mhm ja ja ähm können wir nochmal herstellen ähm haben wir jetzt eigentlich genug 90 ne juhu seien wir leise bis wir wissen was hier los ist na bitte so hier muss jetzt irgendwas cooles drin sein ja da ist das Werkzeug nice lube 4 und noch eine Verbesserung früher ähm gerade ist von Brandbomben das ist auch ganz nice immer so groß okay so was haben wir noch hm da sind noch pillen ganz viele pillen okay dann pillen wir machen schwanken der Waffe so jetzt habe ich keine Ausreden mehr wenn ich vorbeischieße keine keine die hier ist voll na dann nee stopp ich finde aber auch keine Messer mehr ne am Anfang habe ich tonnenweise ein Messer gefunden ich meine lieber mal eine Nagelbombe brauche ich doch irgendwie eher als das Messer okay dann dann war ich hier drin ich glaube schon oder ja doch so doch war ich dann dann noch ein Schrank so wo war die Bergbank die war hier hinten ne so dann mal los dann mal gucken was wir jetzt alles upgraden können ich möchte den Bogen auf jeden Fall einmal und dann möchte ich noch mehr Reichweite haben und dann Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab grad, mein Mikro ist gemutet. Ähm, ja. Ich hab nur drüber geredet, was ich verbessere. Ähm. Ja, guck dir das mal. Nicht so viel. Die haben wir, glaub ich, auch noch nicht weiter verbessert, ne? Ach doch, alles so ein bisschen. Ähm. Ah, gar nicht mehr so viel. Immer noch ein bisschen mehr Streuung. Das war eigentlich ganz nice, wo ich da... ... beim letzten Mal da zwei getroffen hab. ... so. Haben wir noch 57. So, mal gucken wir mal bei den Bogen. Ähm. Okay, komm. Machen wir das, dann haben wir alles weg. ... so. Etwas. Das ist doch ganz gut. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Dann. Äh, nee. Das hier ist wützer. Ja, da geht's weiter. Einmal das Gebäude weiterkunden tun wir beim nächsten Mal. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.